Hallo, mein Name ist Rebshan Turgay, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Kurden aus der Türkei. Ich habe leider nicht die Möglichkeit zu wählen, weil ich nicht wahlberechtigt bin. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, zu wählen, würde ich wählen, weil ich mir die Chance nicht nehmen würde, meine Zukunft hier in Deutschland mitzubesteuern. Ich heiße Leutrim, ich bin 20 Jahre alt, ich bin erstmalig wahlberechtigt. Ich komme ursprünglich aus dem Kosovo und weiß daher, wie bedeutend und wichtig das Wählen für die Demokratie ist. Meine Eltern stammen aus einem Land, in dem das Wählen nicht selbstverständlich war. Daher werde ich mein Wahlrecht auf jeden Fall wahrnehmen und wählen gehen. Liebe Osterbrückerinnen und Osterbrücker, vor allem liebe Osterbrücker mit Migrationshintergrund, am übermorgen Sonntag, den 24. finden die Wahlen zum Bundestag statt. Mein Name ist Lasse Masiri vom Migrationsbeirat der Osterbrücke und wir möchten alle animieren, zu dieser Wahl hinzugehen und von dieser Möglichkeit der politischen Partizipation Gebrauch zu machen. Wir haben von Refschan und Leutrim gehört, wie wichtig es ist, an den Wahlen teilzunehmen, vor allem von Refschan, dass es nicht selbstverständlich ist, ein Wahlrecht zu haben. Insofern geht alle wählen, viel Spaß, bis dahin.